Das ist der fünfte Teil einer Reihe kurzer Videos, in denen wir Ihnen vorstellen möchten, warum und wie Sie an den German Stevie Awards 2022 teilnehmen können. Das Thema dieses Videos, wie der Gewinn einer Stevie Award Trophäe den früheren Preisträgerinnen und Preisträgern der German Stevie Awards genutzt hat. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum Organisationen Nominierungen für die German Stevie Awards einreichen. Deshalb gibt es so viele verschiedene Kategorien zur Auswahl. Hören Sie von einigen der früheren Preisträgerinnen und Preisträger selbst, warum der Gewinn eines Stevies im Rahmen der German Stevie Awards sich so positiv auf ihre Organisation ausgewirkt hat. Armored Vehicles, der Elektro Truck, der CIT Industrie, zu live. Und ich denke, das ist etwas großartiges, und es ist nicht nur eine Person. Es ist eine große, große Organisation behinden es. Und ich denke, das ist eine wirklich perfekt Award für all of sie. Winnen die Stevie Awards ist ein Weg zu erkennen, die Efforts wir machen als Unternehmen und haben einen größeren Impact. Als Unternehmen, als Standalone, niemand weiß wirklich, was passiert in der Organisation. Winnen diesen Award wird mehr Menschen erkennen, was wir tun, nehmen uns auf diese Firma und hoffentlich werden wir einen unserer Kunden. Und in dieser Weise, wir können einen größeren Impact in der Welt haben. Für die Zukunft, ja. Also der Stevie Award ist für die Zukunft natürlich für uns ja auch wichtig, weil wir einfach auch sehen, dass dieses Stevie Award ja einen guten Stand verschafft. Also man hat eine gute Möglichkeit, sich zu präsentieren. Man hat eine gute Möglichkeit, natürlich Kunden zu gewinnen. Gutes Netzwerk. Der Stevie Award ist halt ein sehr nationaler, internationaler Netzwerkgeber. Ja, man kann natürlich viel lernen von den vielen Gewingern oder auch Teilnehmern. Ich selber bin ja auch in der Jury im Stevie Award und sehe ja auch viele Unternehmen, die ja da auch sehr präsent sind mit neuen Ideen. Also es ist eine ganz tolle Geschichte. Und ich finde, ja, für die Zukunft ist Stevie Award eigentlich das Instrument, um auch Marketing zu betreiben. Auf der Award-Website finden Sie Interviews mit vielen weiteren Preisträgerinnen und Preisträgern der German Stevie Awards. Wenn Sie Fragen dazu haben, wie Ihre Organisation von dem Gewinn eines Stevies bei den German Stevie Awards profitiert, dann kontaktieren Sie uns unter helpplusuropeatsteviawards.com